Medienneutrale Farbkommunikation Die ganze Branche schreit nach Cross-Media. Doch wie schaut es eigentlich aus mit den Daten, die wir bekommen? Oder andersherum gefragt, wie beraten Sie Ihren Kunden, wenn er von Ihnen medienneutrale Daten verlangt? In dieser kleinen Präsentation und mit den anschließenden Erklärungen möchte ich einmal diese Thematik aufgreifen, und zwar aus der Sicht von einer Sachbearbeitung, von einem Fotografen, von einem Grafiker und aus der Sicht eines Layouters. Ausgabe auf verschiedene Medien bedingt medienneutrale Daten. Doch was sind eigentlich medienneutrale Daten und was gilt es beim ersten Gespräch mit einem Kunden, der mit seinen Daten all diese Ausgaben bedienen möchte, zu besprechen? Es beginnt wirklich beim Verkauf. Ich als Sachbearbeiter muss mit dem Kunden heraus spüren oder herausfinden, was sein Ziel ist, was seine Daten bezwecken sollen. Ich habe das hier einmal ein bisschen versucht aufzuzeigen anhand eines Bäckermeisters, der ganz spezielle Brote backt und anhand von einem vielleicht Lidl, Aldi und so weiter, der gute Qualität von diesen Brötchen liefert, aber diese Qualität, die kann ich eigentlich überall einholen. Wenn ich aber etwas ganz Spezielles möchte, dann muss ich, und da habe ich die linke Seite gewählt, verfahrensangepasste Daten produzieren. Das heisst, ich brauche qualifizierte Dienstleister, die genau wissen, wie mit Farbräumen und wie mit PDFs umzugehen ist und ich muss gezielt auf eine Ausgabe hin meine Daten aufbereiten. Das heisst, auf ein einziges Verfahren angepasst. Ich bin dann also nicht medienneutral. Und wenn ein Kunde sowas möchte, dann muss man ihn gezielt dahin beraten. Möchte ein Kunde aber möglichst Daten einmal aufbereiten und diese dann an verschiedene Ausgaben ausgeben, also wie die Brötchen hier in der rechten Spalte, dann kann ich den Kunden dahingehend beraten, dass man den kleinsten gemeinsamen Nenner sucht, was Farbräume zum Beispiel sind und so weiter, und man die Daten so aufbereitet, dass er mit diesen Daten überall hingehen kann und eine in etwa gleichbleibende Qualität erwarten kann. Das einmal zum Unterschied verfahrensangepasste Daten und medienneutrale Daten. Nun, was kann der Sachbearbeiter für Fragen stellen in einem Kundengespräch, um dies herauszuspüren? Dazu habe ich Ihnen in den weiteren Filmen dann einige Stichworte herausgesucht. Auch beim Fotografen gilt es darauf zu achten, bin ich medienneutral oder muss ich mich an ein Verfahren noch anpassen mit meinen Daten. Der Fotograf, der möchte natürlich die besten Farben haben und den grösstmöglichsten Farbumfang. Wenn ich diese Daten dann aber auf eine gezielte Ausgabe ausgeben muss, dann gilt es doch noch einiges anzuschauen. Und was hier medienneutral und was verfahrensangepasst ist, dazu gehe ich dann in einem weiteren Film auch noch genauer ein. Wie schaut es denn bei einem Grafiker aus mit medienneutralen Daten? Nehmen wir jetzt einmal diese drei Logos hier links und ich möchte jetzt von Ihnen medienneutrale Farbdefinitionen. Wenn ich zum Beispiel Pantone nehme oder Ralfarbe, dann bin ich schon nicht medienneutral. Also auch hier ein Grafiker, wenn er für Logos Farben heraussucht, sollte man, wenn der Kunde sagt, ich möchte medienneutral sein, darauf Acht geben, welche und vor allem wie ich Farben definiere. Wie schaut es denn heute bei einem Layout-Arbeitsplatz aus mit der Dateneingangskontrolle? Werden Daten überhaupt noch angeschaut, ob diese überhaupt interpretiert sind? Nehmen Sie zum Beispiel diese Bilder, links sind die Daten, welche ich roh erhalten habe und rechts die aufbereiteten Daten. Also wird die Qualität noch angeschaut von sämtlichen Daten oder wird das einfach ins Layout platziert? Achtet man auf Farbräume, ist es RGB, ist es CMYK? Wenn ja CMYK, welches Profil ist hinterlegt? Welchen Gesamtfarbeauftrag haben diese Bilder? Und auch bei Grafikdateien, ist da Pantonefarbe drin oder wie sind diese Grafikdateien aufgebaut, wenn es zum Beispiel für eine Autobeschriftung herausgehen sollte? All diese Dinge möchte ich auch noch im Detail dann in einem weiteren Film einmal anschauen. Auch wenn Sie ein PDF schreiben, gilt es darauf zu achten, bleibe ich medienneutral oder bin ich jetzt an ein Verfahren angepasst? Ich möchte hier im Vergleich PDF-X1A und PDF-X4 etwas näher bringen und Ihnen dann auch erklären, wo die Unterschiede sind. Ein Crossmedia-Dienstleister sollte mit meinen medienneutralen Daten, die ich ihm anliefere, eigentlich gut umgehen können. Denn er ist der Fachmann und er weiss genau, was auf die jeweilige Zielausgabe in seinem Betrieb die beste Umrechnung sein sollte. Ich möchte auch hier eine Lanze brechen für Dienstleister. Es gibt heute Leute, die bringen Layout-Daten, die wirklich nicht auf einen Nenner umgerechnet werden können. Aus diesem Grund Dateneingangskontrolle, bevor ich layoute und einheitlich arbeiten, damit bei einer Umrechnung auch die Daten korrekt umgerechnet werden können. Aber aus meiner Sicht sollte heute ein Dienstleister auch mit medienneutralen Daten sehr gut umgehen können. In den weiteren Filmen dieses Workshops möchte ich Ihnen einfach ein paar Stichworte mit auf den Weg geben. Zum Beispiel für einen Sachbearbeiter, was er in einem Kundengespräch den Kunden alles fragen sollte. Bei einem Fotografen, worauf er zu achten hat, wenn sein Kunde zum Beispiel medienneutrale Daten von ihm verlangt. Bei einem Grafiker und natürlich im Layout. Wie baue ich eine Layout-Datei auf und welches PDF nehme ich, um medienneutrale Daten an meinen Kunden zu liefern, welche er an verschiedene Dienstleister senden kann. Das in den weiteren Filmen im Detail. Viel Vergnügen! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.